Ich muss da ganz klar sagen, also ich versuche hier jeden zu bearbeiten im Gebäude, dass die Patriots da den Zuschlag machen und den Zuschlag erhalten, weil ich einfach denke, dass das der entscheidende Schritt ist. Also wir haben gesehen, was die Spiele in England für den Sport bedeutet haben, wie dort die Begeisterung für den Sport gestiegen ist. Aber ich denke, wir wissen auch einfach alle, dass da vielleicht, ich schätze das Ganze jetzt mal, 50 Prozent der Leute, die da zum Spiel gehen, aus Deutschland anreisen. Also in Deutschland ist die Football-Begeisterung einfach so groß, dass ich denke, dass ein Spiel in Deutschland wirklich einfach den Fans zeigen würde, dass die NFL zuhört, dass die NFL sieht, wie wichtig der Sport hier mittlerweile ist, wie viele Leute sich den Game Pass kaufen und sich die Nächte über die Ohren schlagen, um diese Spiele anzuschauen. Und da im Gegenzug dann ein Spiel nach Deutschland zu bringen, denke ich mal, wäre ein Riesenschritt. Als ich jetzt in Stuttgart war, habe ich gedacht, dass ich weiterhin unerkannt mit meinen Jungs über die TU laufen kann und beim Hans im Glückbrunnen abhängen kann. Und da wird mir jetzt mittlerweile schon ab und zu erkannt in Stuttgart. Favoriten überlasse ich lieber den professionellen Spekulanten. Aber ich denke, wir alle werden eine sehr spannende Saison haben mit Fans im Stadion und es gibt einen Haufen Jungs aus Deutschland und internationale Jungs, die jetzt bei Teams sind, wo man mitfiebern kann. Also ich denke, wir haben ein Riesesjahr vor uns für den Sport und da mal sehen, vielleicht kriegen wir das Spiel in Deutschland nächstes Jahr. Und da wird es ein Riesesjahr vor uns für den Sport